Musik Hallo liebe Omsi Freunde, herzlich willkommen zurück auf der Map. Mühlbach in der Version 02.1 Heute möchte ich mit euch die Linie 132 von Menden nach Heißen Kirche fahren. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Wir fahren wieder mit dem Mercedes-Benz O530 in der Zweitürer-Version. So, na gut. Dann machen wir mal los. Na, was denn noch? Willst du jetzt noch einsteigen oder nicht? Ah, guck mal, nee. Hallo? Ah, halt nicht. Wenn ich will, halt schon. Der hört ja auch gut. Danke, danke. Klostermarkt. Ah, wie wieder diese verdammten engen Schrazen. Und dann muss ich noch auf den Gegenverkehr auffassen. Ja, ja. Und ans Bus fahren kann man es ja machen, ne? So, jetzt aber. Guten Tag. Hallöschön. Deine Tageskarte. Eine Toreskarte. Macht neun Euro. Und eins zurück, bitteschön. So. Schön, das Grün kann auch gleich weiterfahren. Achso. Moment. Ah, ha. Gut. Muss ich mich hier abbiegen. Ich hatte nämlich vorher schon eine Fahrt gemacht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und bin natürlich geradeaus weitergefahren. Pastalurplatz. Na ja, kann alles passieren. Guten Tag. Dorfstraße. Na, Oma. Willst du mit? Na gut, dann halten wir doch mal. Guten Tag. Hallöschön. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine ganze Toreskarte. Na ja, gut. Neun Euro. Bitteschön. Dankeschön. Bitte, bitte. Immer gerne. Okay. Alte Straße. Oh, stimmt. Alter, so. Hier ist noch Kopfsteinpflaster. Stopp. Guten Tag. Guten Tag. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. Macht er in 70, ne? 2, 3, 5. So. Türe zu. Aber dort. Und weiter geht der Fahrt. Bis zur roten Ampel. Dann müssen wir erstmal warten. , was für ein Kind. Rate. Das war's für heute. Kassenberg Ja gut, kleiner Berg Ach, ist das ein Pflanzer oder soll das ein Berg sein? Gute Frage, ne? Ja, mir wird es egal sein So Ja, ich will das , ich will das Wunschst, ach man, ich will das Na gut, mach, mach, mach. Wir haben ja keine Zeit mehr. Und weiter geht's. Äh, Feldmann. Da sieht mich schon mal wissen, wer sich den Namen hier ausgedacht hat, aber naja. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Äh, du nicht mit? Okay. Dann halt nicht. Aber halt weiter. Ja, ne, ist klar, dass der Schlimm draufsteht. Äh, ja. Statt mir da... So, starten wir da. Da waren wir ja auch schon mal, ne? Also fahren wir halt noch mal über. Das war jetzt so nicht gedacht. Ja, sorry. Kann mal passieren. Das mit dem Umstieg zu sämtlichen anderen Linien. Guten Tag. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Dann eins, siebzeih, zwei, drei, vier. Bitte schön. Und weiter geht's. Hopp-Bahnhof. Übergang zu den Fernlinien. Guten Tag. Guten Tag. Ja, hier unten heilt's etwas. Aber, was soll man machen? Nein, ich mag gar nichts abbiegen. Post. Tari Tara, die Post ist da. Hallo, Manfred. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Machst du über das Licht schwarz zu fahren, ne? Na ehrlich. Naja, ich kenn meine Pappen einmal. Winkhausen. Gute Nacht. Einen normalen Fahrschein, bitte! Einen Fahrschein... 71... Bitteschön! Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein... 72... 3... 5... Und 10... Bitteschön! Und... Warte... Ja... Hier musste ich es ausschalten, weil... Hier musste ich es ausschalten, weil... Es ist fast unmöglich, sonst um die Ecken zu kommen... Ja... Es ist fast unmöglich, um die Ecken zu kommen... Ja... Waldblick... Ja... Danke... Guten Tag! Hallo, Manfred! Hallo! Eine Kurzstrecke... Eine Kurzstrecke... 1... 70... 2... 3... Dankeschön! Bitteschön! Heisenkirsche... Endstation... Wird alles aussteigen... Dieser Bus... Endet hier... 1... 1... 2... Und... Das war's dann... 1... 1... ja lieber um sie freunde ich hoffe die fahrt hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns demnächst wieder euer marsus wir sehen uns